Hallo, ja ich weiß, die meisten von euch haben wahrscheinlich ETS erwartet, aber Kevin und ich waren auf der IAA 2018 und ja, da gibt es viel zu erzählen und zu sehen. Es war dieses Jahr nicht für Pkw, sondern nur für Nutzfahrzeuge. Daher ist es wahrscheinlich für die meisten noch interessanter als ETS. Ich weiß, man hat wahrscheinlich, ich bin komplett erkältet und wow. Angelegen, sonst würde ich jetzt mal sagen, geht's mit dem Video los. Kevin wird wahrscheinlich auch noch was zu der IAA sagen, wir wollten zuerst mal dieses Video reinpacken, aber daher, ich schaffe es einfach nicht, das bis zum Morgen hochzuladen, daher werde ich für ihn nochmal ein extra Video machen. Da ich mich aber etwas spontan dazu entschlossen habe, zu der IAA zu fahren, hatte ich keinen genauen Plan, wohin und wie, wo, was war. Meine Hauptziele waren daher der SCS-Stand, also der Autosimulator 2-Stand, da die angeblich einen ziemlich geilen Fahrsimulator da haben sollten für den LKW. Und ja, dazu kommen wir später noch, der wäre echt 1A-Klasse. Danach wollten wir noch zu verschiedenen anderen Ständen, wie den Fortstand, Iwiko, DAF und Scania. Wobei wir Scania nicht gefunden haben oder es ihn einfach nicht gab. Was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, es gibt 12 oder noch einen VW-Stand gegeben haben, aber VW ist nicht so mein Ding, daher haben wir einen ziemlich, ziemlich großen Bogen darum gemacht. Wirklich, ich glaube, wir sind die Halle ziemlich groß im Gang. Wir waren doch zuerst bei Renault, wo es auch einen Fahrsimulator gab und ja, der war auch nicht schlecht. Es war so gesehen das gleiche Prinzip wie bei ETS, nur anders umgesetzt. Es war eine Metallkonstruktion, die mit einer Hydraulik gesteuert wurde, einem Lenkrad mit okayem Force Feedback und einer VR-Brille. Der Unterschied zu dem ETS-Stand war halt einfach nur diese VR-Brille. Da bei dem ETS-Stand drei Monitore um einen rum waren, was ich an sich viel geiler fand, da diese Brille ziemlich gedrückt hat auf die Nase. Ist nur meine Meinung. Danach waren wir bei einem Dodge-Wem-Stand oder nur-Wem-Stand und haben uns in alle drei Modelle reingesetzt und sie, ja, ein bisschen angeguckt. Gegenüber war noch ein Nissan-Stand, der hat aber nur neue Versionen vom Nissan-Livara vorgestellt. Hat mich eigentlich nicht wirklich interessiert. Danach kamen wir aber endlich mal zu einer richtig guten Sache und zwar dem Ford-Stand. Ich sag jetzt immer hier Stand, weil, keine Ahnung, wie soll ich es anders beschreiben? Die haben ja nicht mal die ganze Halle gebucht, die haben ja etwa nur immer Teile. Wisst ihr, was ich meine? Daher Ford-Stand. Ford hat neue LKWs vorgestellt, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Gerade vom Interieur waren sie dann doch sehr geräumig und groß, sodass wahrscheinlich die meisten Leute nebenwegen Platz finden werden. Natürlich hat Ford auch ein Konzeptfahrzeug vorgestellt, aber ich finde, diese Konzeptfahrzeuge sind fürs Erste neulich die Rede wert. Vielleicht kommen sie mal in einem anderen Jahr dran, aber noch nicht jetzt. Auch noch sehr gut gefallen hat mir die Ausstellung von den alten LKWs und Bussen. Es waren auch ein paar amerikanische LKWs dabei, was meinem Geschmack voll getroffen hat, da ich amerikanische LKWs sehr, sehr gerne mag. Und gerade diese klassischen gelben Schulbusse. Und ja, klar, wir waren natürlich auch bei Mercedes, weil man die Halle einfach nicht umgehen konnte. Die haben, ich glaube, eine ganze Halle gebucht, wo dann noch Setra mit drin war und ein Stück von Mitsubishi. Gefühlt war aber Mitsubishi auf den meisten Ständen ziemlich weit verteilt, was mich dann doch relativ gewundert hat. Aber zu Mercedes kann ich leider nicht ganz so viel sagen, da ich da einfach fast gar nicht war. Ich glaube, ich habe ein verwackeltes Bild gemacht von dem futuristischen Wagen, der gefühlt schon seit zehn Jahren da vorgestellt wird. Wie jedoch gibt es dann relativ nicht mehr viel von mir zu sagen. Den meisten Rest werdet ihr wahrscheinlich von Kevin sehen und von dem VW-Stand, von dem ich wahrscheinlich schon einen Teil eingeblendet habe. Da soll wohl eine große Bände aufgedreht sein, von der er mir ein Video geschickt hat. Und dazu wollte ich auch noch ganz so etwas sagen, Kevin. Du hast ein sehr geiles Handy, mit dem du auch sehr geile Fotos und Videos machen kannst. Aber nicht im Hochkantformat. Wer guckt sich bitte auf YouTube ein Video an mit Hochkantformat? Ja, wer? Darum, dreh dein Handy einfach quer. Ja, es ist so schwer, wenigstens hat er es einmal gemacht. Auch nur bei dem VW-Stand. Na toll. Daher kann ich die meisten Aufnahmen von ihm vergessen, aber ich konnte wenigstens ein paar von ihm reinpacken. Wie zum Beispiel von dem VW-Stand, aber da mich VW fast gar nicht juckt, werde ich das einfach fast gar nicht hier reinschneiden, ja? Die können sich gerne mal vergraben gehen. Danke fürs Zuschauen. Das war's dann im Großen und Ganzen schon. Tschüss. 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 Töten.